hallo und herzlich willkommen zu diesem video mein name ist thomas klein in diesem video geht es um die sechs wege wie du deinen kundenwert massiv steigern kannst und der grund warum ich dieses video hier mache ist weil ich aktuell mit meinen ads und youtube ads und präsent und sichtbarkeit im internet ungefähr so alle zwei bis drei tage eine anfrage generiere für mich und mein eigenes business und ich da eben auch eine checkliste habe zur vorqualifizierung der interessenten die für mich mit mir arbeiten möchten und eine dieser ja ich würde mal sagen vielleicht sogar die kern die wichtigste schlüsselfrage dieser checkliste die ich da mal durch gehe meine interessenten für mich vor zu qualifizieren die wichtigste frage dort ist was ist ein aktueller kundenwert und ich habe festgestellt dass selbst meine zielgruppe sind softwareentwickler it unternehmer prinzipiell dass insbesondere die it unternehmer die in der softwareentwicklung unterwegs sind auch schon mehrere jahre sogar schon an mehrere angestellte haben teilweise überhaupt gar keine vorstellung davon haben wie hoch ihr kundenwert ist ja weil sie einfach in unterschiedlichsten projekten verstrickt sind teilweise in riesigen projekten jahrelang und teilweise dann wieder ganz kurz und so weit aber haben sich das einfach nur nie ausgerechnet also das ist eigentlich eine ganz einfache rechnung nimmst aber nur die anzahl der kunden und die anzahl der kunden die du in diesem jahr hattest also ja es ist ziemlich simpel bei mir sind es und dann nimmst du im besten noch mehrere jahre um ihren aussagekräftigen wert eben zu erreichen ja also zum beispiel wenn ich jetzt zurück die letzten fünf jahre meiner selbstständigkeit als ich damals 2016 rückwirkend die coaching und consulting services gegründet habe diese firma mit der ich jetzt operiere seit 2016 habe ich in diesem ganzen zeitraumsnetz über fünf jahre sowas im kundenwert durchschnitt durchschnittlichen kundenwert von ungefähr jahr ich glaube 54.000 euro das heißt ich weiß wenn ich heute irgendwelche ads schalte um neukunden zu gewinnen also sprich diese anfragen diese zwei bis drei anfragen im monat die bekomme ich da gebe ich gar nicht so viel geld aus ein paar hundert euro auf youtube und so na also das ist gar nicht so viel natürlich habe ich auch viel organischen content über die jahre gepostet und ich auch was warum aber wenn ich mir so ausrechnet dann zahle ich in manchen monaten nicht recht viel rechnen nicht recht viel mehr wie 20 30 euro für eine anfrage und wenn ich dann dahingehend sagen okay wenn ich dann mal einen kunden gewonnen habe dann habe ich dann auf fünf jahren gerechnet durchschnittlichen kundenwert also den 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 ja berühmten customer lifetime value hier ist noch mal clv von 54.000 also letztendlich könnte ich auch gut und gerne 1000 euro für werbung ausgeben ja ohne mit der wimper zu zucken und das ist eben die rückversicherung in diesen wert hast über einen sehr langen zeitraum der letztendlich auch aussagekräftig ist dann hast du einfach ein komplettes marketing und vertrieb im rückwärts kalkulieren und ja hast dann einfach auch keine bauchschmerzen denn hier entsprechend eben zu investieren wenn du eben die entscheidung fällen solltest zu skalieren oder halt zu wachsen oder stehen auch etwas stärker zu wachsen als es vielleicht in der vergangenheit getan hast ja also die sechs wege was eigentlich ganz ganz simpel der einzige der erste und meistens der schnellste direkteste und beste weg ist einfach deine preise zu erhöhen und gleich vorweg ich bin nicht der freund davon ja so ein schreihals der durch die gegend fährt und sagt macht alles so teuer wie irgendwie möglich denn mir ist durchaus bewusst dass wir aktuell in der phase sind wo inflation ziemlich stark angezogen hat und das ist auch wahrscheinlich noch weiter stark anziehen wird also ist es wahrscheinlich nicht die lösung aller probleme ja indem wir einfach unsere preise ständig permanent verdoppeln ja also das hat natürlich dann wir das quasi gesamtwirtschaftlich machen dann irgendwann katastrophale folgen weil dann irgendwann der euro nichts mehr wert ist ja also das nur kurzer ausflug in die wirtschaft aber wovon ich hier rede ist zum beispiel ich hatte erst vor zwei tagen wieder eine anfrage im internet generiert ja ich lade dich auch herzlich dazu ein wenn du zum beispiel jetzt auch ein team unternehmer bist software entwickler insbesondere oder halt auch msp oder ja grundsätzlich berater auch herr gerne die auch berater berater dich vielleicht auf irgendwas schon spezialisiert hast und das hat eben lust mal mit mir viertelstunde gratis an der strategie session zu besprechen wie du deinen kundenwert massiv steigern kannst dann findest du irgendwo hier unten den link hier auf youtube oder egal wo das wie du gerade siehst du jetzt ein bisschen streuen das video auf linkedin egal wo wirst du mich finden und dann kannst du hier gerne nehme ich mir nötig zeit ja back to the call for two days ago ich habe heute jetzt gerade viel englisch gehören und gelabert deswegen waren sie schwer deutsch zu sprechen ja ich hätte vor zwei tagen die letzten anfragen kursen meine strategie session dort eben mit einem jungen wahrscheinlich sehr begabten auch software entwickler der auch schon einige entwickler eben eingestellt hat noch sehr junges unternehmen zwei bis drei jahre alt und bekommt jetzt auch nicht unbedingt sagen wie hoch seinen kundenwert ist aber er konnte mir sagen dass sein aktueller stundensatz wie hoch der ist ja und möchte ich möchte jetzt nicht hier sagen aber er war letztendlich wesentlich niedriger als der stundensatz nicht aktuell verlange obwohl ich auch ehrlich gesagt viel aktuell mache ohne stundensatz ja also schon sonst ein kleinere unternehmen biete ich eigentlich nur noch pakete an ja das heißt also letztendlich man sollte auch schauen dass man einfach als selbstständiger und dann ja relativ schnell wegkommt von diesen zeit für geld ja von dieser zeit für geld tauschen das ist letztendlich mörderisch ja sonst auch skalieren möchte und so weiter und so fort aber das ist nicht teils videos lange wieder kurzer sind echt nicht gut drauf jetzt gerade aber ich mache das ziel das video ist trotzdem durch irgendwie zu viel gegessen ich habe zwei bürger gegessen und ich esse also ich glaube das ist das erste mal dass ich schweinefleisch gegessen habe seit ich weiß nicht seit einem jahr oder so oder noch länger und das hängt jetzt natürlich im magen diesen stein also vielleicht hätte ich doch keine bürger essen sollen aber egal auf jeden fall ich habe niemand dazu gezwungen also preiserhöhungen lange rede kurzer sind der software entwickler war halt einfach ich glaube dreifacher subunternehmer und letztendlich jeder skimt sich halt dann ein paar euro ab und am ende verdienst du halt weniger wie ja sagen wir mal die eigentlich zustimmen würde für die leistung die du ihm bietest weil du quasi deine dienstleistung als software entwickler viermal weiterverkauft wurde ja und das ist halt einfach ganz eine ganz simple rechnung ist dass du sagst okay den stundensatz den der hatte war es wirklich recht niedrig also sehr niedrig verdoppelt ihn einfach mal und such dir einfach direkt kunden und wenn das alleine nicht irgendwie hinbekommt suchte hilfe wie zb jemand wie mich ja es lohnt sich ja weil wenn du jetzt sagen sieben angestellte hast und du gibst mir selbst wir arbeiten zusammen für einen monat gibt es mit 10.000 euro bei sieben angestellten wenn du aufträge bekommst wo du für jeden dieser sieben angestellte doppelt so viel abrechnen kannst du hast diese 10.000 euro selbst als kleiner software start-up innerhalb von zwei monaten wieder zurück also von daher höre einfach deine verdammten preise und macht direkt kundenakquise und wenn du wenn es allein nicht schafft oder keine zeit hast suchte einfach jemanden das ist ja deine zielgruppe ja also hol dir einfach deine zielgruppe aus sucht deine aus und dann einfach akquirieren ja akquise machen ich meine es ist schon schlimm genug wenn wenn ich wirklich begabte software entwickler oft mit denen spreche und die quasi über eine hand dass ich quasi ihre jobs suchen lassen ja also software entwickler sind so mangelbar mangelbar ist unglaublich solltest du eigentlich selber welche aufträge finden also hersteller kosten verringern ist ganz einfach wenn er zwischen großer bist nearshoring machen viele große firmen kann sehr gut funktionieren ja also insbesondere wenn du halt talentierte full stack entwickler hast oder ähnliches irgendeine verkaufte einheit ich habe es gerade schon gesagt frühstück entwickler wenn du aufträgen hast das ist ein absoluter geheimtipp wenn es nicht schon auf dem radar hast dann wenn du fuß der entwickler ist zum beispiel da kannst du einfach einen selben programmierer muss nur einmal briefen er macht aber füllt zwei oder drei rollen gleichzeitig aus also da kann das frontend programmieren gleichzeitig das backend du musst nicht jedes mal wieder neu kommunizieren wieder jemanden neu einlernen ins projekt und so weiter also es ist sehr gutes geschäft dann häufiger zahlen der kunden einfach schauen dass du ihre trainer modelle da rein bekommst irgendwelche abo modelle oder irgendwas halt wurde quasi eine kunden langfristiger hält dadurch höchst wieder ein lifetime value dadurch hast wieder mehr geld für werbung und dadurch hast du eben insgesamt wieder skalieren wachsen ja also es ist einfach ein kreislauf dann war das gebühren oder ähnlich modell also wir haben es schon bei msp die leben geradezu davon ja also die haben wir einfach einmal den kunden gewonnen ja nun haben wir den fünf sieben jahre teilweise im durchschnitt also ein kunde der vielleicht nur paar tausend euro im monat zahlt ist aber insgesamt 150.000 euro wert also kommen wir nicht mehr zu sagen mehr vom gleichen haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen cross cell ist quasi wie ein addon ja und dann haben wir noch downsell und dann eben massiver rabatt einfach für leute die sich aktives kennen angeboten nicht leisten können ganz wichtig hier zu verstehen immer erst den downsell kommunizieren wenn absolut der score offer also sein kernangebot bereits abgelehnt wurde zu 100 prozent ansonsten verwässerst du deine performance was ist core offer also das kernangebot betrifft ich gebe grundsätzlich nur runter und das hatte ich erst letztens wieder wenn wirklich also definitiv mir gesagt wird dieser preis oder diese dieses paket ist mir zu teuer das kann ich nicht stemmen auf gar keinen fall und ist kurz davor den höher aufzulegen sozusagen oder den call abzubrechen dann sage ich okay im moment hier gibt es noch den downsell ja also ich nenne es nicht da und zähl aber jetzt gibt es abgespeckte dessen und seit dem ganz großen vorteil dass du letztendlich den kunden trotzdem behält zwar für wesentlich weniger geld in der regel 20 30 prozent weniger ist dann meistens der downsell aber du kannst mit dem geld sozusagen wenigstens deine akquise kosten weil du hast ja quasi interessenten irgendwie durch zeit und geld werbung halt auch einkaufen müssen dass quasi die krise kosten wie darin meistens etwas mehr sogar und du hast den kunden gewonnen und die jede gewonnene kunden kunde ist ein mit einer höheren wahrscheinlichkeit verbunden dass er irgendwann vielleicht doch noch mal dein kernangebot quasi so als von down to upsell wiederum doch kauft ja viel höher als wenn ihn einfach gehen lässt weil du kein downsell hast also keine abgespeckte version eines kernangebots dann hat er eben nichts bei dir gekauft und ist weg und kommt mit einer höheren wahrscheinlichkeit nicht mehr wieder was sie wenn du ihn irgendwas kleineres verkauft ist letztendlich ein nachgeschobener tripweier falls dir so ungefähr also tripweier ist quasi so ein stolpertrapp angebot um quasi wenig geld jemanden als kunden zu gewinnen erstmal um werbekosten teilweise zu bezahlen und einfach auch den kunden als solches psychologisch einfach als kunden gewonnen zu haben dass du sozusagen die person mit der du sprichst bereits die interessent als interessent ist dann dein kunde ist ja so lange bisher nichts gekauft hat ist ja nur ganz interessant egal wie hoch wie teuer das produkt wie klein das produkt wie wenig geld er mit ihr ausgegeben hat egal wie wenig sobald er was mit dir gekauft hat ist es nicht mehr ein interessent sondern es ist schon ein kunde und das ist an psychologischen verstärken effekt in der regel und wird wiederum die wahrscheinlichkeit dass er dann auch irgendwann mal ein kernangebot kauft ja also wir kennen das in der it branche mit workshops und so weiter ok das ist gewesen sei dieses video du findest hier unten irgendwo den link wenn du lust hast auf eine strategiecherche und dann ich kann gar nicht mehr sprechen sehen wir uns im nächsten video dein thomas klein bye bye